Wir machen alles täglich frisch für Frühstück, Mittag und Abendessen. Wir bereiten alles von Anfang an welbst zu. Ich habe mich schon als Teenager sehr für Küchenarbeit interessiert, vor allem fürs Backen. Meistens war ich derjenige, der meiner Mutter in der Küche half. Es macht glücklich, wenn man ein Blech mit frisch gebackenem Brot oder Gebäck aus dem Ofen holt. Der Geruch, der Geschmack, ich liebe das. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Gäste bei uns an Bord das beste und frischeste Brot bekommen. Wenn den Gästen das Brot am Tisch warm serviert wird, kommt es gerade frisch aus dem Ofen. Ich bin um die Welt gereist und habe in vielen Ländern gearbeitet. Aufgrund dieser Erfahrung fällt es mir nicht schwer, diese Herausforderung auch in Asien oder Europa zu meistern. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Gäste die besten Produkte halten, ob in Asien, Europa oder in den Staaten. Die Backwaren sind auf allen Schiffen fantastisch. Heute machen wir Apfelstrudel. Wir ziehen den Teig per Hand, bis er ganz dünn ist, dann geben wir die Füllung darauf, rollen ihn zusammen und backen ihn im Ofen. Es macht mich glücklich, ins Restaurant zu gehen, mit den Gästen zu sprechen und dann ein Lächeln zu sehen und ihre Kommentare zu hören. Das ist für mich Glück.